Sollte mir bei Gelegenheit den Vertrag mal durchlesen. Mein Fokus empfängt eine Art Funkwacke. Die Metallblume schließt sich. Die Metallblume schließt sich. Die Metallblume schließt sich. Sie sind entstanden. Wir liefern die Fracht pünktlich am Boden ab. Ende. Kaum zu glauben, wie dieses Flugzeug reagiert. 70 Meter lang. 300 Tonnen Schwerbahn starten und das wendet schneller als ein 12-sitziges Passagierflugzeug. Und es wurde erst vor ein paar Monaten aus dem Museum gerollt. Jetzt kann ich diese Schönheit auf meiner Bucketest ermahnen. Wenigstens hat er sich vor seinem Ende seinen Traum erfüllt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020